Lönk, lönk, serverless, lönk. Oh man, ich will den Baum auf. Ui! 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 Nein! Ui! Haha, ich bin schlau, ne? Ich hab' noch nicht dran. Also bestimmt ein Deck-Lock brauchen wir mindestens. Ich hab' noch mehr. Mehr Wochen mehr. Hier mehr! Mehr! Ich bin mehr! Lass holen. Ups. Lock, Lock, gib mir den Lock, 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 mit dem Lock. Haben wir noch umgebäume? Hm, ich weiß ja nicht. Könnte ja knapp werden. Irgendwann haben wir alles abgerudert. Ja, einfach alles abgerudert und nicht neu fließen. Nee, die Asis-Urwald, die holten einfach alles ab. Ist voll traurig. Weinen immer mit den Bäumen. Ich hab' immer leicht vom Thema abgerudert. Kann nicht sein. Oh, Mann. Ähm. Okay, die Creeper gerade waren. Das war schon... Wirklich ein... ...epischer... ...Fail. Oh, Sack. Oh, das muss man auch noch machen. Ja, wir haben eine schwebende Treppe. Dafür können wir den Dreck verwenden. Tja. Ich hab' mir überlegt, wir machen hier kein Wasser hin. Dann los. Sobald wir... ... in die Länder gehen können, das wird, glaube ich, jetzt nicht sein. Alter, ich hab' keinen Platz dafür. Das ist jetzt voll die Farge, oder? Zappen ein. Höhöhöhöh. Hello. Er hat Rottel gesagt. So. Jetzt habe ich Platz dafür. Hm. 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 So. Boom. In your face. Bitch. Du bitch. Ich hab' viele Legs. Richtig kranke Legs. Maaah. Hm. Deckers Holz. Ist doch schick. Ich hab' immer... ... irgendwie so Survival da haben... ... wo die geschildert haben. Kumpel und ich. Also ich hab' da immer... ... ne Decke aus... ... Lapis Lazuli und... ... ähm... ... Blowstone gemacht. Ist eigentlich relativ geil aus mit dem Tapcher Trick. Was war so Karo muss da... ... wie so Schach wird... ...mäßig angekommen. Boom. Ohne Fail. Hey ohne Fail. Dreh um. Und die... ... Axt ist weg. Schade. Stopp. Hier kommt auch noch. Schade. Und... ... schade. ... schade. Ja, das wird... ... durchziehen wir gleich noch mal. Sag die Tasche mir jetzt. Eine weg. sind in der fachbraum hier ich habe keinen schock wo wir mit schaube verbraucht doch viel zu viel dreck kreiseln holen stich habe ich immer noch vollidiot die er das ist ja doof wir müssen den Brunnen etwas verlegen unser Mist auch der Eimer ist weg und zwar mache ich das jetzt das hat keiner gesehen so und und oh nein das wird ein Felsen dann haben wir kein Licht ich muss jetzt vorsorgen und zwar ich darf die nur nicht wegkloppen sonst nicht ein leichtes Problem ich möchte die ganze Arbeit umsonst hier ist noch alles drin ja das ist drin so jetzt okay sie stehen hier könnte ich dir ruhig auch ne hier kann ich kein doch hier kann ich auch ein Glas ich habe kein Land das heißt das lasse ich erstmal alles da nicht schön uuuu uff aus England steht da nicht ohne Momento boing durfte immer noch warum nicht mein kopf auch einfach mal so jetzt doppelt so bezieht positiv wie sonst kann das glaube ich schon mal passieren okay müssen wir jetzt dreck machen ja wenn es wieder Kaspersky ist ne dann schmeiß ich dich runter ja und ich meine nicht Kaspersky natürlich ist das Kaspersky ey ich könnte kotzen und es wird Nacht oh Gott scheiße im Moment ups ich hatte für 30 Sekunden vergessen auf Aufnehmen zu drücken war nicht meine Schuld Kaspersky war nein ich müsste auch noch in der Decke hin ah ich wird Nacht sorry Leute muss es eben so gemacht werden die Gefahr dass hier reinkommt das ist jetzt das ist mir zu groß I'm sorry aber hier oben nein oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott okay 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 ähm das kommt nochmal weg mal sehen wie ich da reinkommen da muss ich ja mal gar nicht drauflautschen das wäre toll aber da kommt die Kaspersky gleich auf die Stimme voll viel aber wir stimmen sooo viel Kaspersky dann geht ja gar nicht okay ich muss aufrufen ach komm schon die beste stelle ausgesucht auch schuld mal so schulden in was passiert ist immer egal was er noch mehr So. Dann machen wir hier nochmal eine Schicht mit und dann kommt der Olz inne. Dann kommt der Olz inne. Zock 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 zock. Alles gleich drüber. Ach. Das ist scheiße. Höhepunkt wäre jetzt, wenn durch dieses eine Loch, was ich da außerdem frei gemacht hätte, ein Creeper runtergefallen wäre. Hätte er hätte ich meinen Computer genommen, den in die Wand geschmissen, verbrannt, erhängt, geköpft, nochmal erhängt, gevierteilt und dann zum Altmetall gehen. Und ich hätte Notch getötet. Nicht gleich gleich. Oh, 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 okay. Oh, 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 oh. Das geht ja nicht weg. Das auch nicht. Das auch nicht. Das aber. es geht hier alles nicht weg aber man kann schon so leicht gucken und man ist nicht drin aber dafür da muss noch was weg vergesst es oder so dass das wird das wird sehr sehr schnell Lola schnecken Tempo Arbeit schmutzten schmutzten Tempo schmutzten der bock du das ist aber nicht nein das reicht das reicht 1-3 dürfte reichen müsste reichen umgebreitet natürlich nicht weil wir die Hälfte vergessen z so was mir ist das egal ich muss mich nicht mehr schnell m m m m m m m axt es kommt hier so also ich habe nichts gehört dass das gute das ist etwas gefährlich was ich tun muss ja konzentrieren sind wirklich nicht so viel das noch weg und dann und dann und dann mit der bloßen hand kratzen das holz ab doch manchmal schön auch oder das mache ich bei tagesanbot da die wende auch hier kommt jetzt dreck hin ich habe richtig gehört dreck ich muss sogar kommen doch bestimmt irgendwas leckeres machen wollte ich da nicht fackeln hinsetzen hier oben über mir dass sie diese zombieorgie nicht mehr haben ich meine als ob ihr ein zombie-spawner wäre oder so ey stopp hier ist schon Schluss oder so 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 so